Hi, mein Name ist Blu Nikita und ich komme aus Griechenland. Ich wrestle seit 10 Jahren und wurde trainiert von der GWF in Berlin. Meine Trainer waren Crazy Sexy Mike und Ahmed Scheer. Die Besten der Besten hier in Europa. In der GWF wird kein Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Beide Geschlechter werden gleich trainiert. Und das habe ich meinem Trainer zu verdanken, was es mir heute geworden ist. Und ich darf stolz sein zu sagen, dass ich heute einer ihrer Schützlinge bin in der Decent Society. Ich stehe für die Ladies Wrestling in der GW. Ich bin die Ladies Champion und ich habe jeden Besieg, der hierhin gekommen ist. Und es mit mir aufnehmen wollte. Eine, die es vielleicht für mich aufnehmen konnte, war vielleicht Vesna. Aber wo ist sie? Es gibt sie nicht mehr. Also bin ich euer Ladies Champion. Und ob ihr es wolltet oder nicht, ich werde es noch eine ganze Weile bleiben. Ich werde den Leuten zeigen und beweisen, dass ich eine Kämpferin bin. Und kein Püppchen, das in den Ring steigt. Denn die Frauen, die Wrestling betreiben, verdienen Respekt. Und ich, ich werde mich dafür einsetzen, dass die Frauen Respekt bekommen. GSW Spirit bedeutet für mich die Chance, sich als Frau hier beweisen zu dürfen. Man kriegt die Chance, sich hier im Ring mit dem Westen der Besten zu messen. Und den Männern zu zeigen, dass sie nicht die einzigen sind, die es drauf haben. Sondern, dass wir Frauen genauso gut mithalten können. Blume Kita ist hier in Deutschland die Messlatte für Ladies Quest. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020